Guten Morgen, ihr zwei. Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja? Ich dachte, ihr seid gar nicht mehr hier. Seht euch ja so selten. Da seid ihr zwei ja noch da. Ach ja, sind noch da. Ja, ist ja ganz gut. Der hatte Hunger. Einmal Frühstück um sechs Uhr. Ja, 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 ja. Frühstücken. Bambi tun frühstücken. Lassen sich nicht von mir stören. Schmeckt? Wo ist das Böckli? Ja, hier am Display kann man das nicht so gut erkennen. Das ist jetzt noch her. Ich glaube, das ist ja der Böckli. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Ja, ich bin ja gut. Ach, das ist glaube ich Böckli. Ne, ist doch gar nicht. Nur das ist ganz schön deep. Nichts. Wie glaub ich. Wie glaub ich? Wie fühlt sich das? Gutkünkt. Wie glaub ich, wie schön ist es? Wie это? Die zwei sind am frühstücken, du bist ganz brav, du bist ein braver Hund, du bleibst schön brav. Du bist ein ganz braver Hund, hast sie gesehen, schön brav, gut ist immer brav. Ach du Halt schreit ein Zentrei. Ja, guten Morgen, dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist die Mama mit Kittis? Muss die Mama sein, ist noch nicht ganz ausgewachsen. Ja, guten Morgen Schätzchen. Ja, guten Morgen. Schön aufpassen, das ist echt gut. Ich weiß, wir gehen jetzt weiter. Drei Stück. Ach, da sind noch Kittis. Mama mit zwei Pärmbis. Ja, muss ich genau beobachten. Nicht ganz geheuer, dass der Typ immer noch hier steht. Mama lässt sich aber auch nicht stören. Na ja, ist ja gut Bambi. Ist ja gut. Scheiße, ich verliere dich. Na da ist er. Gut ihr Lieben, ich lasse euch alleine. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt weg.